Warum in aller Welt schmeckt Nutella aus diesen kleinen Aluschälchen viel besser als aus dem Glas? Zu Hause verrotten die Becher im Schrank, doch sobald man im Frühstücksraum eines Hotels sitzt, muss man einfach immer weiter Nutella in sich hineinschaufeln, bis das Aluschälchen ratzekal leer ist. Eine der wenigen Freuden einer Geschäftsreise, die man auch zu zweit genießen kann, anders als diese herrliche Minute, in der das Pay-TV noch nichts kostet. Wir sitzen im Frühstücksraum des Hotels zur guten Verkehrsanbindung. Und es ist verdammt hell. Nicht nur das Holz der Tische, sondern der ganze Raum. Viel zu hell für die kurze Nacht. An den poren tiefweißen Wänden hängen im Abstand von vielleicht 30 cm rote Plastikrosen, dazwischen selbst gemalte Aquarelle mit toskanischen Landschaften drauf. Cherella Femme. Die anderen Gäste, allesamt Business-Heinis, starren stumm auf ihre Rechner, während sie mit der freien Hand mechanisch Müsli in sich hineinschaufeln. Früher raschelte an so einem Ort hier und da noch eine Zeitung. Jetzt hört man nur noch das Klicken der Tastaturen. Auf einem Pult neben dem Eingang liegt zwar ein einsames Exemplar irgendeiner Lokalpostilie, doch mit so einem Käseblatt will sich keiner der Weltmänner hier sehen lassen. Die checken lieber ihre Auktionen im Netz. Nick haut rein, als ob er seit Tagen nichts gegessen hätte. Er schmatzt und lacht und freut sich, dass er in wenigen Stunden wieder mit seiner Sabina zusammen sein kann. Früher hat er sich noch Mühe gegeben, dieses Gefühlsgedusel unter der Decke zu halten, so aus Rücksicht auf den armen Single. Doch das ist lange vorbei. Mittlerweile zwängt er mir den Pärchenpower Mist gnadenlos auf, und zwar schön ausführlich, langatmige Protokolle von gemeinsamen Kinoerlebnissen, Shoppingtouren und Ausflügen. Dann haben wir da am Ufer gesessen und die ganzen Vatertagsbötchen sind gröhlend vorbeigeschippert. Eine weitere Geschichte mit schlechtem Verhältnis zwischen Rauschen und Signal. Auf den interessanten Kern der Story, nämlich was für einen Bikini trug Sabina, geht er nicht ein. Triangel? Definitiv, sie kann es sich ja seit neuestem leisten. Nick ist so ein furchtbar diskreter, geschmackvoller und asexueller Gentleman. Es ist Zeit, dass er mit seinem Romantik-Roman mal zum Ende kommt. Hm, aber mal was anderes. Was machen wir denn jetzt? Nick schiebt sich ein weiteres Schinkenbrötchen in den Mund. Na, nach Hause fahren! Er lacht, dass die Krümmel fliegen. Vorausgesetzt, dass Major Tom nichts dagegen hat. Stimmt, da steht ja noch eine Antwort aus. Ich klappe unterm Tisch meinen Rechner auf. Was soll John schon geschrieben haben? Dass wir den Grid weiterrösten sollen, bis er noch mehr Daten ausspuckt? Wo nichts ist, lässt sich auch nichts herauszaubern. Nein, die Sache ist durch. Es sei denn, er schiebt noch Irvings das Kettenbox rüber. Dann könnten wir die auch noch auslesen. Dafür bräuchten wir allerdings das passende Laufwerk für den Grid. So verlangt es das oberste Retro-Gesetz. Selbst die bestmöglich erhaltenen Medien taugen nichts, ohne die passende Hardware zum Auslesen. Da, eine ungelesene Nachricht, ist sogar noch heute Nacht reingekommen. Ob John immer noch in diesem Führerbunker rumhängt? Bestimmt nicht. Wahrscheinlich ist er längst in die nächste Zeitzone weitergejettet oder läuft beim Iron Man auf Hawaii mit. Nachricht öffnen. Autsch, das wird Nick wehtun. Er schneidet gerade ein weiteres rundes Brötchen mit dem Messer auf und schmiert fingerdick Honig rein. Im Film würde der Regisseur jetzt langsam die klirrenden Teller und das Tastaturklicken ausblenden, bis die Tonspur komplett schweigt und man im Kinosaal das Popcorn auf den Boden rieseln hören kann. So ein Die-ganze-Welt-verschwindet-um-den-Helden-Moment. Wie bringe ich es ihm bei? Hör mal! Nick schaut auf seine treu-ehrliche Art hoch, sodass es mir noch mehr leid tut, ihn enttäuschen zu müssen. Schätze, unser Auftrag ist noch nicht vorbei. Sein Kiefer kommt knirschen zum Halten. Ausnahmsweise bin ich dran, den Rechner zum großen Showdown rumzudrehen. Mit versteinertem Gesicht überfliegt der Beifahrer die Zeilen. Kuala Lumpur? Mehr bringt er nicht raus. Ja, wir sollen da unten in Irvings Wohnung die fehlenden Informationen beschaffen. Die genaue Adresse schickt er noch. Am Anfang und am Ende von Informationen male ich mit den Fingern kleine Anführungszeichen in die Luft. Eine bescheuerte Geste, mit der mich Andy infiziert hat. Die angestellten Seele auf der anderen Seite des Tisches fängt langsam an zu sieden. Aber wir sind doch kein Kurierdienst oder eine Detektei oder sonst was. Nick hat sein Brötchen beiseite gelegt, meinen Rechner ganz zu sich rübergezogen und liest Johns Nachricht nochmal, als ob sich dadurch irgendwas ändern würde. Alle paar Zeilen schüttelt er ungläubig den Kopf. Den Rest des Frühstücks verbringt er damit, rumzuzetern, was für ein totaler Schwachsinn das sei, und ob die Datacorp da unten nicht jemand habe, der diese Lakaienarbeit erledigen könne und so weiter. Ich höre gar nicht mehr zu, sondern beschäftige mich lieber mit dem erfreulichen Kern von Johns Nachricht. Transportation will be provided by Jeppesen. Das bedeutet, ein konspiratives Telefonat mit Andy steht an. Sie hat definitiv einen im Tee. Hi, Ki Darling, I'm so happy! Definitiv. Wahrscheinlich hat sie um zehn angefangen, sich Erdbeer-Daikiris oder andere bunte Cocktails zu mixen. Nein, aus einer Fertigflasche einzuschütten. Dazu wurden höchstwahrscheinlich ein paar Duftkerzen angezündet. Im Hintergrund umft frauenkompatible Hausmusik vor sich hin, also Stücke, bei denen auch ab und zu gesungen wird. Ob sie alleine ist? Geweckt habe ich sie jedenfalls nicht, dafür war sie zu schnell dran. Dabei ist es in Washington schon ein Uhr nachts. Ich haspile eine Minute vor mich hin, um ihr die Lage zu erklären. Malaysia? Sounds great! Give me a second! Das dumpfe Tapsen von bestrumpften Füßen auf Holzfußboden entfernt sich. Man denkt ja immer, Superfrauen wie Andy würden rund um die Uhr auf Highheels rumstöckeln, auch zu Hause. Doch das stimmt nicht. Wenn sie sich unbeobachtet fühlt, trägt sie dicke Norweger Socken mit solchen Gumminoppen drunter, die verhindern sollen, dass man ausrutscht. Wunschungleichwirklichkeit. Deshalb ist die einzig perfekte Frau auch nur so eine, die man niemals richtig kennenlernt. Ach was, die man nicht mal anspricht, sondern nur aus der Entfernung genießt. Denn mit jedem Schritt, den man sich ihr nähert, wird sie zwangsläufig entzaubert. Dann entdeckt man die Stoppersocken unterm Bett oder die Hornhautraspel im Badezimmerschrank. So gesehen haben Nick und ich etlich äußerst perfekte Beziehung hinter uns. Okay! Andy ist wieder dran. Jetzt sitzt sie sicher mit ihrem Rechner auf dem Schoß da und klickert mit ihren Krallen auf die Tastatur ein. Eingebildete Kleidung, Spaghetti-Top und knapper Seidenpanty. Tatsächliche Kleidung wahrscheinlich, dieser ausgewaschene Fleece-Pulli mit dem Logo ihrer tollen Studentenverbindung drauf. Are you traveling with... what was his name again? flötet sie durch die transatlantische Leitung. Da ist es wieder, das berühmte Andrew-Ridge-Lay-Syndrom. Jeder weiß, dass er dabei war, aber niemand kann sich an seinen Namen erinnern. An dieser Krankheit leiden wir beide, oder besser gesagt, die Umwelt. Unsere Namen löschen sich schneller aus den Hirnen der Menschen als die Geheimanweisungen in Mission Impossible. Wir hinterlassen eben keinen besonders bleibenden Eindruck. Das merkt man zum Beispiel daran, dass im Fitnessstudio die gleichen Leute innerhalb von einer Stunde dreimal ein Hey, alles klar! rüberrufen. Eben weil sie sich einfach nicht mehr daran erinnern können, dass sie einen schon mal begrüßt haben. Ich buchstabiere Nicks Namen. Alright. Weiteres Geklicke. Ein neues Stück aus der Anlage. Schock. Kann das sein? Ist es wohl möglich Keith Sweat? Auf jeden Fall irgendeine R'n'B-Sülze, bei der der Sänger über die Akkorde hinweg sehr intensiv spricht. So a la Lady, you know that I love you, ultimative Cheesiness. Okay, I'll put you on the flight. Andy gibt professionell die Reisedaten durch. Ich notiere sie mir auf dem Notizblock, der neben dem Bett liegt. Nick wird nachher die restlichen Seiten, wie immer, zerreißen. Weil er in irgendeinem Spionagefilm gesehen hat, dass sich die Buchstaben auf die Folgeseiten durchdrücken und böse Menschen sie immer noch entziffern können, wenn sie das Blatt gegen das Licht halten. Jetzt nur noch das TH von Thanks richtig hinbekommen und der Anruf ist pannenfrei über die Bühne gegangen. Andy haucht das obligatorische Take care. Ich mache mir die obligatorischen Hoffnungen und das Gespräch ist vorbei. Bis zum nächsten Mal.